Ludi in Zipiant Ludi in Zipiant Ludi in Zipiant Mit diesen Worten wurden im antiken Rom nicht nur die Gladiatorer-Kämpfe eingeläutet, sondern auch die großen Festlichkeiten der Stadt. Zum Auftakt des diesjährigen Zammus Early Music Festival tun wir es daher den alten Romern gleich. Mit unserem zur Tradition gewordenen Konzertmarathon bestehend aus fünf Konzerten am Stück auf drei Bühnen stimmen wir uns und unser Publikum auf zehn spannende Tage Musik ein. Es geht nicht nur um zuhören, ob jung oder alt, Musikliebhaber oder Neuentdecker. Wir möchten Sie nicht nur zu einer neuen Erfahrung mit alter Musik einladen, sondern auch zu mitmachen, erforschen, schmecken und entdecken. Es ist wirklich ein Erlebnis für alle Sinne. Ob auf den Spüren eines italienischen Märchenspiels, im interaktiven Kampf zwischen Realität und digitaler Parallelwelt, oder mitten in einem olympischen Musizierwettbewerb, der heutige Konzertmarathon bietet eine große Bandbreite an Erlebnisse und stimmt perfekt auf das diesjährige Festivalmotto Spiele ein. All das in entspannter Festivalatmosphäre durch den Tagesschau und auf dem Laufenden gehalten von Kellner Musikjournalismus Kollektiv. Applaus Vielen Dank.